hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bedwars mit mir dem torben und dem tobi der auch dabei ist vor die runde ist ja schon so am stüssel hier ja ich bin ein bisschen hinterher gehangen also hinterher gehängt man meine grammatik ist o tobi im blauer ja weiß ich doch hab ich doch gar kein problem dankeschön ist alles gut natürlich ist alles gut also was erwartest du mit meinem team so die map ist ganz cool finde ich die erinnert mich sehr stark an eine mischung aus cube world und dieser anderen map wie heißt sie noch mal fantasy oder so oder wonderland irgendwie sowas halt wo auch solche clay blöcke sind alter fall da ich brauch zwei gold wir können gar nichts mehr machen ich brauch zwei gold und da kommt ein roter tobi oh fuck ich wette den krieg nicht doch lass mich lass mich alles klar bist du überrascht hä hä bist du überrascht hä nein er verzieht sich bloß mit das hast du nicht gesehen und das habe ich gesehen und es war mir sehr peinlich oh manometer so team gelb und team grün haben noch ein bett das ist ein bisschen wie nennt man das wir sind team gelb ja ich weiß dass ich rede ja von uns das ist ein bisschen ironisch weil team gelb und team grün sind eigentlich so die dessen betten am schnellsten also in denen ich nie so gerne bin aber natürlich erst recht team grün und wieso team gelb ist doch immer so premium team gelb ist nicht immer premium team gelb kann war wir sind gerade team gelb ist mir so auffallen weiß ich hast du gerade schon mal gesagt aber manchmal ist team gelb auch echt scheiße ich habe einen mit dem bogen habe einen mit dem bogen ja und ich habe einen bogen was hast du dazu und das siehst du das ist typisch team grün das sind richtig die chiller die in team grün gehen das hast du nicht gesehen toby ich hatte übrigens natürlich keinen bogen also ich hätte niemals so ein bogen dabei ja stimmt ich habe mich schon echt gewundert ich fände es richtig lustig wenn man seinen bogen irgendwie an so ein slot im Inventar tut irgend so ein bug dass man den dann behält das wäre richtig amüsant ich hatte das mal tatsächlich das war irgendein bug was lol ich dachte der wäre auch darum gegangen also erstmal berichte ich diese stelle wo man in diese tanne rein rennt und dann runter fällt das war nämlich gerade mein mein todesgrund mein todesurteil mein todesgrund okay mein lieber tor da haben wir so weiter für zwei Sekunden die tür öffnen das wird eh der Flo sein oh fuck dann kann er direkt gleich mit aufnehmen das ist ja ein wunderbarer zufall leute das ist doch schön oder dass der Flo direkt gleich mit aufnehmen kann er will sich wahrscheinlich erst duschen weil er gerade Sportfest hatte oder so einen scheiß wir mussten das nämlich betreuen Tobi und ich aber wir hatten schon ein bisschen eher Schluss weil wir sind ja jetzt Oberstufe und dann haben wir kein Sportfest mehr sondern müssen noch betreuen und ja Flo musste da gerade noch ein bisschen an musste gerade noch ein bisschen so hi hi in der tat das war der Flo und der kann jetzt gleich direkt auch mit aufnehmen das ist ja wunderbar oh mein gott teile ich immer aus okay jetzt nicht mehr schade Tobi wenn ja da kann ja das ist ja dann noch immer volle Glück wenn er wenn er sich tut kann er direkt mit aufnehmen das ist ja traumhaft der Flo weißt dann gar nicht was das Wort heißt achso das wusste ich nicht wir haben übrigens die Connection von oben zu denen ne ne? die hab ich benutzt? ja das ist super ja das hat geleckt und er war einfach voll equipped vielleicht ist das auch so ein Nebengrund nein 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 das ist eigentlich kein Problem aber wir rushen die jetzt einfach dauernd Tobi okay wenn das ist okay für dich so ja wir sollten eventuell zusammen rushen ja nicht so unabhängig ach I have the feelings it is so better da unter dir sprich runter sprich runter du hättest nicht ich hab keinen rückschüsstab boah Tobi lenkt die ab lenkt die ab lenkt die ab tu ja wie soll ich die denn ablenken ja du ja wie guck dich die ganze zeit an und du sprichst einfach runter lenkt die ab lenkt die ab ne du hättest einfach wegrennen müssen what the fuck du hättest den er ist doch auf dich gegangen ja dann hättest du voll equipped mal schlagen müssen hey ich wurde bei steam eingeladen wie du wurdest bei steam eingeladen was soll das denn ich weiß es nicht du gehörst du gehörst hier nicht eingeladen zu werden warum hat der volle equipped eigentlich immer noch volle equipped ja weil wir nicht daumen kriegen das ist richtig bitter ich oh jetzt krieg ich ihn ich sag's dir ich krieg ihn zuerst nein das kann doch das ist doch das ist doch nicht wahr jetzt hier komm Tobi holst du jetzt mach es tu es Leute es sah bei mir gerade so aus als wäre der eine Typ von uns geflogen aber ich denke ich denke es war nur ein wahrnehmungsfehler wir nehmen auf du steh what the fuck dankeschön okay ein spieler team grün noch ja schön dass der Tobi gerade mit flori gerollt hat flori riet das mal jetzt an flo weiter der kann direkt auf justins tss kommen bitte flori du sollst auf justins tss kommen und sollst direkt aufnehmen so und jetzt tschüss er sagt ach gott ach gottchen dann würde ich sagen wenn ihr wollt dass der flori nicht dabei ist dann schreibt jetzt bitte einen kommentar mit flori soll nicht dabei sein und ja dann könnt ihr dem video natürlich gerne einen daumen nach oben da lassen nicht nur gerne müsst ihr wird verlangt von euch außerdem wird verlangt von euch dass ihr auch abonniert sonst gibt es schläge mit der hake auch wenn ihr es schon gemacht habt dann abonniert euch mit euren 10 fake accounts genau abonniert uns mit unseren äh was nein sonst gibt es schläge mit der hake und ähm wenn es euch gefallen hat schreibt in die kommentare für vorschläge ob ihr euch schon auf alles so freut ob ihr Torben cool findet jetzt wollte ich gerade einfach nochmal eine verabschiedung machen also wenn ihr nicht so verpassen wollt könnt ihr abonnieren haut rein und tschüss 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 tschüss